Also guck mal, mein Alltag hier, also ich bin hier quasi in einem Team von Shindi, weil wir zusammen an seiner Musik arbeiten. Ich unterstütze ihn da halt mit Ideen teilweise, wir schreiben zusammen an den Texten und auch so halt einfach viel so dieser Input halt, der durch unsere Gespräche kommt. Wir reden einfach sehr viel über Rap. Er liebt Rap sehr, ich liebe Rap sehr und dadurch entsteht halt einfach immer eine sehr sehr nice Mischung und deswegen hat er irgendwann gesagt, ey, ich würde gerne, dass du halt fest in meinem Team halt bist. Und das funktioniert einfach auch nur, also wenn man das in diesem Umfang macht, dann funktioniert das wirklich nur, wenn man einfach mehr oder weniger 24 Stunden zusammenhängt. Und das ist halt dann auch nur möglich, wenn man quasi die Wohnorte zusammenlegt. Und dementsprechend bin ich dann von Berlin hier hingekommen, einfach um halt permanent einfach vor Ort sein zu können, weil wie es mit der Kreativität eben ist, manchmal, man kann ja nicht sagen, guck mal, wir treffen uns jetzt nächste Woche, dann machen wir so fünf Tage durch und dann haben wir so fünf Songs fertig, weißt du? Es kann sein, dass wir uns einfach fünf Tage treffen, einfach sehr viele interessante Gespräche führen, aber vielleicht nicht einen Song aufnehmen. Weißt du, wie ich meine? Es kann aber sein, dass wir dann hier sitzen in irgendeiner Nacht, wo wir gar nicht damit rechnen und plötzlich kommt so ein magischer Moment, weißt du? Und dann geht's halt los. Und ja, deswegen bin ich hier und ja, so genieße den Beatty Karma Sunshine. Ja, Mann, ey, ich frage mich, wie viele Leute das überhaupt so auf dem Schirm haben, weil das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben, das könnte auch sein, dass es echt dein letztes Interview war. Das war auch vor vier Jahren in Düsseldorf. Das war kurz nach Dreams Release, woran du auch viel gearbeitet hast, auch Dinge zu beigesteuert hast, wie du gerade gesagt hast, dass die Zusammenarbeit echt schon so seit den Tagen herstammt. Nicht erst seit diesem ganzen EGJ-Ding und diese ganze Geschichte, die da gelaufen ist in Berlin, sondern echt schon so seit Dreams und Waldorf Astoria Sessions, ne? Genau, mein ganzer Kontakt so zu EGJ kam ja auch quasi erst über Ali. Erst habe ich Ali kennengelernt, so, habe mit jemandem an seiner Musik gearbeitet und darüber habe ich dann sehr schnell halt auch Shindy kennengelernt und da war dann halt einfach, wir haben uns sehr schnell halt einfach sehr gut verstanden und haben gemerkt so, ey, das funktioniert einfach sehr gut so. Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt, also die Leute sagen, ja Lars, schreib die Texte für Shindy, das ist ja kompletter Blödsinn, so, weißt du, ich meine, der Typ macht halt eigentlich, eigentlich bräuchte er mich nicht, weißt du, es ist halt natürlich wie alles in seinem Leben, ist es halt natürlich sehr auf, ich hole mir von allem das Beste und das ist ja auch, wenn es um die Musik geht, ist ja auch das Beste, was man machen kann und er hat sich einfach eine Unterstützung halt geholt und dadurch, dass wir uns halt auch einfach persönlich gut verstehen und so, ist das halt einfach so eine sehr angenehme Sache und ich hoffe, dass es halt lange so bleibt und er natürlich auch und ja, dementsprechend haben wir das halt auch nie, also selbst in Zeiten, wo man jetzt vielleicht nicht so viel Kontakt hatte, weil da halt vieles unsicher war oder auch keiner genau wusste, welchen Weg er jetzt geht oder so und aber wir wussten trotzdem immer im Hinterkopf so, eigentlich da ist alles cool, es gab zwischen uns nie irgendein Problem, also ich glaube, ich habe mich wirklich, ich kenne ihn jetzt ja seit Anfang 2016, ich glaube, wir haben uns noch nie gestritten. Ich glaube, wir haben uns wirklich noch nicht, also noch nicht mal so genervt voneinander. Also er hat so ein Feingefühl, wenn er merkt, so okay, ich brauche jetzt vielleicht mal einen Tag Ruhe oder so, so dann lässt er mich komplett in Ruhe. Ich weiß genau so, weißt du, wenn er mal irgendwie zwei Stunden einfach mal alleine chillen will, so und dadurch ist das halt alles sehr, sehr angenehm. Ende 2018 bist du hier angekommen und Anfang 2019 entstanden die ersten Songs fürs Album. Nee, 2019 war ich... Anfang 2020, sorry. 2019 haben wir eigentlich die ganze Zeit angefangen, das Drama-Album zu Ende zu bringen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also da warst, du bist schon auch Teil vom Drama. Genau, ich war ab der Mitte so ungefähr da. Also die Beats hatten die Jungs alle schon komplett. So, der ganze Film stand eigentlich auch schon so. Weißt du, ich bin dann einfach nur dazugekommen und habe mir so ein paar, einfach so ein paar Reime hier und da. Aber man muss ehrlich sagen, so da war mein Anteil auch vielleicht so am geringsten, so was diese Arbeit mit Shindy anbelangt, weil mein Kopf war auch einfach nicht da. Also ich bin ihm auch sehr dankbar so, dass er das auch so direkt erkannt hat und dann auch jetzt nicht irgendwie Druck guck mal, ey, wir müssen hier mal schneller vorankommen oder so. Gar nicht so, weißt du, der hat mir einfach halt so komplett Freiheit gelassen so. Und aber wie gesagt, wenn man an einem Shindy-Projekt arbeitet, Dicker, da machst du nichts nebenbei. Da bist du einfach wirklich, wie ich schon vorhin gesagt habe, einfach 24 Stunden, das muss auch so sein, weil das ist einfach... Aber arbeitet man nicht permanent an einem Shindy-Projekt? Also, weißt du, was ich meine? Ja, schon. Aber in der Phase, wo ich das Album gemacht habe, da war so ein bisschen, er war so einfach so, ey, ich muss jetzt einfach mal kurz einen Gang zurückschalten, muss mal einfach ein paar Ideen sammeln. Er hat in der Zeit halt einfach sehr viel gesammelt, so, weißt du, oder Sachen gemacht, wo er mich auch jetzt nicht unbedingt für brauchte, so. Und dann habe ich einfach so, das Timing war einfach perfekt. Ja, ich finde generell, also dieses ganze Umfeld hier und wenn man hier hinfährt, so, man kennt's ja aus dem Shindy-Video auch teilweise Road to Goat und so, dann ist, man sieht diese Stahltreppe und sonst ist halt einfach nichts. So, und der Vibe transportiert sich auch auf die Arbeitsweise, finde ich, merkt man auch. Aber das zum Beispiel würde mich auch interessieren, hast du das Gefühl, dass es Oldschool-mäßig klingt? Schwierig für mich zu sagen, weil wir haben, bevor die Kamera lief, haben wir, hast du ganz kurz eine Sache angesprochen, wo ich mir dachte, ja, normalerweise würde ich sagen, das ist ein Oldschool-Album, aber du hast Kanye angesprochen, wo wir hier vorhin gesprochen haben. Und Kanye hatte halt 2018, glaube ich, diese fünf Sample-Alben rausgehauen, so auch Daytona von Pusher zum Beispiel. Beste Album, wer es nicht gehört hat, hört's. Ich hab zwischendurch sowieso das Gefühl gehabt, Lars ist für Shindy, was Pusher für Kanye ist. So, kennst du dieses Video, wo Kanye vor ein paar Jahren Pusher wieder gesigned hat bei Goat & Music und dann im Club stand und geschrien hat, das ist Pusher von Clips, du bist Pusher, Mann, du musst es wissen und so. Und so ein bisschen hab ich das Gefühl, nicht nur natürlich fürs Pan-Game und so, wie das da läuft, aber auch die Dynamik, so, weißt du? Ich hab das Gefühl, Shindy hat erst vielleicht so was freigeschaltet in dir oder diese Umgebung hier, dass quasi Push war nicht der Push, der er heute ist, vor Good Music. Er ist nochmal dreimal gelämbelt, so weißt du? Ja, voll. Ja, ist wirklich ein ähnlicher Effekt, glaube ich. Da ist halt einfach jemand, Kanye, der hat einfach daran geglaubt, dieser Typ ist einfach unfassbar. Der Rest hat's irgendwie wieder verschlafen, nicht mitbekommen, nicht gepeilt, was macht der da? Der war schon da, bevor Kanye da war, so wie du da warst, so lange nicht vor Shindy da war. Und dann auf dem Hell Has No Fury Album von Clips, der Typ rappt und, also Pusher ist einer meiner All-Time-Favorite-Rapper, auch wenn jetzt diese Scheiße mit Drake da passiert ist und so, aber das nehme ich natürlich als sehr großes Kompliment auf, vielen Dank dafür.